Hier sind die Schäfchen. Hier sind die Schäfchen. Hier ist man ja kein Mandelblüten. Ganz toll. Hier kann man die Schäfchen, Kirschenblüten, okay. Da sind es halb elf Morgen und keiner ist am Waschenbüten. In der Wien kann man dann die Pappen feststellen. Ganz süßig, braucht man kein Kleidchen. Das ist allein die ganze Sparte. Wenn man eine Raktour macht, ist das super.